Der SC Wiedenbrück 2000 zu Gast am Lothar Kreuz. Viele Fans waren nicht erschienen, aber die Zuschauer, die gekommen waren, konnten sich mal wieder über gute Unterhaltung freuen. Das mittlerweile ja schon fast eine Konstante bei den Heimspielen der Sportfreunde in den blauen Trikots. Den besseren Start erwischten die Gäste aus Wiedenbrück. Das Team von Trainer Theo Schneider immer noch beflügelt vom Sieg gegen Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal. Und hier mit einer sehr guten Freistoßsituation. Das eine Aufgabe für die 18, Marvin Sturdrucker. Klasse Parade von Benedikt Fernandes, dem Lothar-Neuzugang zwischen den Vossen. Die Sportfreunde nach vorne durchaus bemüht, es mangelte jedoch etwas an Durchschlagskraft. Schalt kommt hier zu Fall, dafür gibt aber wohl kein Schiedsrichter Elfmeter und die Szene läuft ungeschnitten weiter. Kapitän Marius Rukowski kann den Ball unbedrängt durchs Mittelfeld treiben. Mit dem Seitenwechsel auf die rechte Außenbahn. Dann ein unfreiwilliger Doppelpass mit Sascha Herrröder und da ist Marvin Sturdrucker. Sturdrucker mit dem Tor der Führung für die Gäste aus Wiedenbrück. Der Pokalheld vom Sportclub hatte wieder zugeschlagen. Fernandes übrigens ohne Abwehrchance. Nauber mit der Vier hatte den Schuss noch abgefälscht. Schwer zu sehen aus dieser Perspektive. Lottes Antwort auf den Rückstand. Sie ließ erstmal auf sich warten. Kein Durchkommen durch die kompakte Gästedefensive. Und hinten, da präsentierten sich die Hausherren völlig vogelwild. Fernandes mit kurzem Blackout. Stefan Langemann kann die Schlafmützigkeit jedoch nicht ausnutzen. Aber die nächste Einladung, die folgte direkt. Herrröder spielt den Ball völlig unbedrängt. Dem Gegner in den Fuß. Das ist wieder Marvin Sturdrucker. Sturdrucker und er spielt raus auf Langemann. Auch hier war für die Gäste eigentlich viel mehr drin. Glück für Lotte. Nach einer halben Stunde hatten die sich aber dann so langsam wieder berappelt. Montabell im Zusammenspiel mit Chapu Sade. Der mit gutem Auge und gutem Pass auf Montabell. Montabell, ja das war doch mal eine richtige Torchance. Kurz vor der Pause. Tim Gorschlüter. Der Ball wie eine Billardkugel. Mit Glück zu Kevin Freiberger. Aber der macht das klasse auf Gorschlüter zurück. Und Tim Gorschlüter rein ins Tor. Mit dem Pausenpfiff quasi der Ausgleich für Lotte. Das Zuspiel von Freiberger war hier schon die halbe Miete. Gorschlüter mit dem Mini-Lupfer zum 1 zu 1. Halbzeit 2 und die Hausherren, die machten mit Offensivdrang weiter. Hier gibt es einen Freistoß aus vielversprechender Position. 78. Spielminute. Chapu Sadeh übernimmt das. Der Ball zu hoch. Nee, genau richtig für Kevin Freiberger. Spiel gedreht. 2 zu 1. Standardsituation hatte Coach Ramazan Yildirim am Mittag noch trainieren lassen. Immer schön, wenn die Arbeit in der Vorbereitung im Match dann auch Früchte trägt. Nach dem 2 zu 1, ja da war die Spannung schon raus, liebe Zuschauer. Benedikt Fernandes, der hielt sich anderweitig warm, denn seine Vorderleute hatten nach schwacher erster Hälfte ihre spielerische Stärke wiedergefunden. Vor allem er, der überragende Kevin Freiberger. Mit gutem Zuspiel auf Chapu Sadeh geblockt. Aber von hinten kommt Sophie Henscheid und er macht's. Die Kugel kullert wohl noch abgefälscht. Rechts unten in den Kasten 3 zu 1 für Lotte. Die Gäste jetzt K.O., aber für die kam's noch schlimmer. Kapitän Mariusz Rogowski verletzte sich bei diesem Zweikampf schwer. Die Bilder lassen schon nichts Gutes erahnen und die Hiobsbotschaft für den SCW schien beim Bruch bei Rogowski. Gute Besserung von dieser Stelle. Den Schlusspunkt in einer am Ende einseitigen Partie, den durfte der Mann des Abends setzen. Bilderbuchmäßiger Konter. Kevin Freiberger zum 1. und zum 2. Und zum Endstand in Lotte. 4 zu 1. Ein verdienter Sieg, der eventuell um ein Tor zu hoch ausgefallen ist. Und so unterschiedlich die beiden Halbzeiten, so unterschiedlich war am Ende des Abends auch die Gemütslage bei den Beteiligten. Heute hat es sich wieder gezeigt, dass die Mannschaft, die wirklich Fußball spielen möchte, am Ende gewinnt. Wir hatten noch sehr viel Glück, absolut. Wir haben einen starken Gegner heute gegen uns gehabt. Und ich bin froh, dass wir die drei Spiele jetzt mit sieben Punkten beendet haben, weil das war schon ein Auftakt, der nicht unbedingt das hätte erwarten lassen dürfen. Wie gesagt, heute war deutlich mehr drin. Wenn man dann am Ende mit einer 4-1-Niederlage nach Hause fährt, ist es natürlich umso bitterer, weil der neutrale Zuschauer sieht das nackte Ergebnis. Wer das Spiel gesehen hat, weiß, das war eine ganz, ganz enge Kiste. Am Ende stehen wir mit leeren Händen hier. Und dazu kommt natürlich noch die schwere Verletzung von Marius Rogowski. Am Anfang haben wir es halt nicht gut gemacht. Ein bisschen zu viele Fehler, nicht gut in der Partie gewesen, zu weit auseinander. Ja, das haben wir dann umgestellt, Fehler erkannt. Haben wir dann eigentlich ganz gut gemacht. Einfach gespielt und dann die Schnittstellen ausgenutzt. Der Gegner war dann zu weit weg von uns. Ja, und dann haben wir die Tore gemacht. So muss Fußball aussehen. Vielen Dank. Vielen Dank.